In diesem Abschnitt schauen wir uns Hashing ganz kurz nochmal an. Wir hatten uns eben vor der technischen Pfanne schon davon überzeugt, dass die binären Suchbäume im Wesentlichen bestmöglich sind, wenn man das Vergleichsmodell zugrunde legt, indem ich also das Einzige, was ich mit meinen Schlüsseln tun kann, so paarweise Vergleiche sind. Und dazu werden wir im Sortierkapitel auch gleich noch mehr im Detail drüber hören. Dann ist tatsächlich so eine logarithmische Schranke für die Suchoperationen das Beste, was ich tun kann. Allerdings gilt es dann schon nicht mehr, wenn ich davon weggehe, insbesondere wenn mich nur die einfachen Simple-Table-Operationen interessieren, dann kann ich das eben besser machen. Und der Weg, wie ich das besser machen kann, ist, indem ich die indirekte Adressierung verwende, die unser WordRAM-Modell unterstützt. Und dazu kann ich eine Hash-Funktion verwenden. Das ist irgendeine Funktion, die... Ja. Ja. Ah, okay, genau, da müssen Sie aufpassen. Das hier ist ein Omega, das heißt, das ist eine untere Schranke. Das heißt, es geht nie besser als Omega, aber Sie können natürlich missbauen, dass es viel langsamer ist. Das ist unbenommen. Und ja, Bogosort und andere Dinge zeigen, nur weil es vergleichsbasiert ist, heißt es noch lange nicht, dass es irgendwie schnell ist. Genau, also das hier ist quasi nur, der bestmögliche Fall ist, der Baum ist balanciert, ich habe meine Verzweigung optimal genutzt und dann habe ich trotzdem insgesamt eine Verzweigung von LogN-Schritten. Da komme ich nicht drum rum, aber ich kann es natürlich schlechter machen. Für den Kontext von dieser Vorlesung ist eine Hash-Funktion irgendeine Funktion, die so ein Universum, aus dem die Schlüssel kommen, bequem auf Integer abbildet. Und ich weiß, dass Sie schon mehr darüber gehört haben in vorvergangenen Veranstaltungen und da gibt es natürlich sehr viel mehr dazu zu sagen. Will ich aber hier nicht im Detail drauf eingehen. Irgendwo musste ich leider Abstriche machen und Hash-Tabellen sind so einer der Stellen, wo wir nicht viel drüber reden. Aber ich möchte so ein paar Dinge erwähnen als Basics für alle. Wir versuchen dann also so eine Hash-Funktion zu verwenden, um für jeden Schlüssel eine Stelle in einem Array zu finden, in der sogenannten Hash-Tabelle. Und dann ist das der Index, an dem ich dieses Element gerne speichern möchte. Die Idee dabei ist, dass diese Funktion schnell auszurechnen ist, sodass ich das auch wirklich für einen effizienten Zugriff benutzen kann, dass ich dieses Hash quasi jedes Mal ausrechnen kann, wenn ich irgendeine Operation mache. Wenn das der Fall ist, wenn das in Konstantzeit auswertbar ist, dann kann ich eventuell darauf hoffen, die Simple-Table-Operation in Konstantzeit auszuführen. Da gibt es natürlich noch ein paar Dinge, die einem da im Wege stehen. Das Erste ist, in der Regel werden wir es nicht schaffen, dass diese Funktion h injektiv ist. Das heißt, es gibt Schlüssel, die auf die gleiche Position in der Hash-Tabelle gehasht werden. Und dann müssen wir uns irgendwie um diese sogenannten Kollisionen kümmern. Also insbesondere, wenn wir ein neues Paar einfügen wollen, ein Schlüssel und ein Wert, aber die Hash-Tabelle-Position, auf die dieser Schlüssel herrscht, ist eben schon belegt. Und leider ist das eine Situation, von der man sich überzeugen kann, dass sie sogar sehr wahrscheinlich ist, sofern die Tabelle nicht gigantisch groß ist. Sie kennen vielleicht das Geburtstagsparadoxon. Das kommt ganz gut hin mit der Zahl. Also die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute im Raum am gleichen Tag Geburtstag haben, ist wahrscheinlich etwa 50% bei uns. Ich glaube, das Cut-Off ist irgendwie so 21 bis 23 Leute, irgendwas so um den Dreh. Und im Allgemeinen heißt es, wenn meine Anzahl Schlüssel wenigstens zweimal Wurzel M ist, also M ist die Größe der Hash-Tabelle, aber die Anzahl Schlüssel muss jetzt nur zweimal Wurzel M sein. Das ist also gar nicht viel. Das heißt, die Hash-Tabelle ist fast leer. Da ist fast nichts drin. Dann ist es schon eine konstante Wahrscheinlichkeit, dass ich wenigstens eine Kollision bekomme. Und das heißt, wir können uns nicht drum drücken, um die Kollisionsbewältigung irgendwie im Algorithmus zu finden. Und auch da werde ich im Wesentlichen auf die Algorithmen und Datenstrukturen verweisen. Aber ich möchte nochmal auflisten, was es für Optionen gibt. Eine Möglichkeit ist, wir verwenden die Hash-Tabelle nur, um unsere Schlüssel auf Buckets zu verteilen, sodass dann in jedem Bucket möglichst nur eine kleine Anzahl Schlüssel ist, um die wir uns mit einer einfacheren Datenstruktur kümmern. Zum Beispiel könnte man jeden Bucket als eine verkettete Liste darstellen, in die ich die Elemente einfach in Einfüge, Reihenfolge anhänge. Die zweite große Option ist, wir wollen kein kompliziertes extra Speicherverwaltungsschema haben wie hier, sondern wir wollen nur eine Tabelle haben, in der diese Schlüssel gespeichert werden oder ihre Werte. Dann komme ich aber nicht umhin, dass ich für ein Element mehrere Stellen in dieser Hash-Tabelle zulasse, sonst kann ich die Kollisionen niemals auflösen. Sobald ich aber mehrere Positionen für ein Element zulasse, ist Suche nicht mehr so einfach. Beim Einfügen muss ich mich darum kümmern und löschen ist meistens eine ziemliche Kopfweh-Quelle. Aber es gibt Verfahren, die man da anwenden kann. Das einfachste ist Linear Probing, wo ich einfach zur nächsten Position gehe, wenn die eine, die ich normal leben würde, belegt ist. Da gibt es Varianten davon und Twists von Linear Probing, die noch ein bisschen Performance rausholen. und es gibt noch mal leicht andere Verfahren wie Kuckoo-Hashing, die eben die Zugriffszeit zu wenigstens im Worst Case beschränken. Ansonsten ist Hashing meistens verbunden mit Garantien im Average Case oder irgendwelche probabilistischen Garantien. Der Worst Case ist oft nicht gut. Okay, dafür verweise ich, wie gesagt, auf Ihre Vorlesung, die Sie schon gehört haben. Ich möchte nur noch mal die groben, die die Endergebnisse der Analyse, die Sie da gesehen haben, festhalten. Und dafür brauchen wir ein bisschen Notation. Also, wenn wir so eine Strategie haben, dann gibt es immer N, die Anzahl Schlüssel, und M, die Größe der Hashtabelle oder die Anzahl Buckets. Und wir haben dann diesen Auslastungsfaktor, Load Factor Alpha. Das ist die Anzahl Schlüssel durch die Anzahl Buckets. Die meisten Hash-Strategien kommen nicht umhin, ab und zu die Hashtabelle komplett neu aufzubauen. Es kommt also zu dem probabilistischen noch so ein amortisiertes komplett neu Bauen dazu. Das passiert in der Regel, wenn der Load Factor zu groß wird oder wenn er uns zu klein wird und wir zu viel Speicherplatz verschwenden. Und dann müssen wir eine neue Hashtabelle bauen, manchmal eine neue Hash-Funktion wählen und alle Elemente neu einfügen. Das heißt, das ist in der Regel teuer, kostet mindestens so viel, wie die neue Hashtabelle groß ist und wie viele Schlüssel ich habe. Auch dazu gibt es Alternativen, die das ähnlich zu unseren de-amortized dynamic arrays über die Zeit strecken. Aber da werde ich nicht mehr darauf eingehen für die Vorlesung. Hier ist die versprochene Tabelle mit der Übersicht über die verschiedenen Verfahren. Im Großen und Ganzen sollten Sie eine ähnliche Übersicht in Algorithmen und Datenstrukturen gehabt haben. Ich hoffe, dass es die gleichen Ergebnisse sind. Was kann man dazu sagen? Also erst mal, die erste Zeile ist ein bisschen anders wie die nachfolgenden, denn das hier ist ein Verfahren, in dem ich nur Buckets verwende. Das heißt, da komme ich gut damit zurecht, dass mein Loadfaktor, wie viele Schlüssel pro Bucket habe ich, größer als eins ist. Denn ich benutze die Hashtabelle nur, um die Schlüssel zu verteilen und speichere sie dann separat. Das ist hier die Idee. Und dann kann ich analysieren, wie viel die Zugriffe kosten. Dafür spendiere ich mir aber mehr Platz. Insbesondere für jeden eingefügten Schlüssel brauche ich noch irgendwie einen Pointer, um die in dieser verketteten Liste zu speichern. Die anderen Verfahren sind Open Addressing Varianten. Da werde ich das Alpha immer unter 1 halten müssen. Und für die Einfacheren muss ich es deutlich unter 1 halten. Mit Robinhood-Hashing kann man Fricks spielen, dass man zumindest noch effizient zugreifen kann, was den Get-Zugriff auf die Hashtabelle geht, selbst wenn die komplett belegt ist. Auch dazu jetzt nicht mehr ins Detail. Und Cuckoo-Hashing wollte ich nur erwähnt haben. Die übliche Variante, die man in Vorlesungen vorstellt, verwendet dann zwei Hash-Funktionen. Man kann das aber mit mehreren machen. Und tatsächlich ist zwei Hash-Funktionen so ein Spezialfall, der noch nicht so richtig gut funktioniert, weil man dann die Hashtabelle nicht sehr voll machen kann. Wenn man zu drei oder ein paar mehr Hash-Funktionen geht, dann kann man auch deutlich höheres Alpha tolerieren. Okay. All diese Analysen, nur der Vollständigkeit halber, haben so ein paar Annahmen. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Zu all dem ist noch zu sagen, dass das nicht die State-of-the-Art-Lösungen sind. Man kann da weiter dran arbeiten und sowohl den Speicherbedarf als auch die probabilistischen Garantien ein bisschen verbessern, indem man wieder mehr von diesen Word-Ramp-Tricks benutzt, insbesondere eine Technik, die wir ganz, ganz am Ende der Vorlesung, in der Zusatz-, der Bonus-Vorlesung kurz sehen werden. Das ist was, was ich für die Vorlesung nicht machen werde, aber vielleicht in einer Folgeveranstaltung mal. Sonst erstmal Fragen zu den Hash-Verfahren. Ich wollte hier den Überblick geben, aber es ist, wie gesagt, keins davon habe ich im Detail erklärt. Sie werden sich also Ihre Schlüsse daraus ziehen, was das für die Klausur heißt. Ja. Genau, das sind, ein paar Details sind noch nicht in den Folien online. Die Hashing-Sachen hätte ich gehofft, dass ich die schon hochgeladen habe. Okay, okay, die Tabelle war noch nicht. Genau, genau. Ja, ein paar von den Einträgen hier wollte ich nochmal nachlesen, da hatte ich zuerst was Schwächeres. Genau. Kriegen Sie dann noch nachgeliefert. Ein letzter Punkt ist der Vergleich zwischen den beiden großen Möglichkeiten, Symbol-Tables zu implementieren. Die Vorteile von den Suchbäumen, um das nochmal hervorzuheben, ist, wir haben Worst-Case-Garantien für die Zugriffszeiten, für alle Operationen im Wesentlichen, und ein bisschen schwächere Annahmen an die Daten, die wir speichern. Insbesondere auch der Speicherbedarf ist sehr vorhersehbar und in den meisten Implementierungen eher kleiner als bei den klassischen Hashtabellen. Obwohl man so typischerweise mindestens zwei Pointer braucht, eventuell sogar einen dritten, pro Element, das gespeichert wird, sind die einfachen Hashtabellen da teilweise noch schlimmer, weil man für die Performance eben großen Puffer vorhalten muss, kleines Alpha vorhalten muss. Und es ist eben nicht amortisiert, das heißt, ich habe nie diese kompletten Rebuild-Rehashing-Sachen. Der große Vorteil von Hashtabellen natürlich ist, also lassen Sie mich das vielleicht ein bisschen hervorheben, meistens kommt es uns da drauf an, wenn es uns nur um schnellen Zugriff geht, dann ist Hashing in der Regel nicht zu schlagen. Ich würde vielleicht auch noch den Punkt ergänzen, dass man sich bei Hashing leichter in den eigenen Fuß schießen kann als mit binären Suchbäumen. Binäre Suchbäume, wenn Sie irgendein balanciertes Verfahren implementieren und das halbwegs mit Unit-Tests abgedeckt haben, dann wird die Performance ungefähr passen. In Hashtabellen ist es viel subtiler, was die Wahl der Hash-Funktion angeht, was auch die Wahl der Hashtabellen oder wie die gestrickt ist, angeht. Dazu mal vielleicht ein andermal Geschichten aus aktueller Forschung. Das ist deutlich kniffliger, alle Fehler zu vermeiden. Kann sich aber durchaus lohnen, weil eben der Zugriff deutlich schneller sein kann.